Die Absurdität des Krieges Ein Beitrag von Tagesereignis In der Dunkelheit der Geschichte hat der Mensch immer wieder versucht, die Grundlagen seiner Existenz und die Grenzen seiner Macht durch Kriege zu definieren. Es gibt wenig, das so klar die menschlichen Schwächen und Ambitionen zeigt wie ein Kriegsschauplatz. Wenn wir hier etwas ändern wollen, dann müssen wir, die wir Teil eines großen Ganzen sind, es tun, um die ewige Spirale nach noch mehr Macht und noch mehr Besitz, bei der die Grenzen sich jedes Mal verschieben, aufhört. Viele unschuldige Menschen sterben gerade heute wieder einen sinnlosen Tod und andere werden mit immer neueren, moderneren Waffen aus ihren Häusern gebombt. Auch viele alte Kulturschätze sind uns dadurch und durch Plünderungen verloren gegangen. Diejenigen, die von diesen Kriegen profitieren, werden nicht freiwillig damit aufhören. Jahrtausende der Evolution und des Fortschritts haben uns in ein Zeitalter geführt, in dem wir viele Seuchen überwunden haben, mit schweren Maschinen fliegen und in Sekunden schnelle Nachrichten um den Globus senden können. Und dennoch, mit all unseren Erfindungen finden wir uns immer noch in den tiefsten Gräben des Hasses und der Gewalt wieder. Die Tatsache, dass Nationen weiterhin Unsummen in Rüstung und Verteidigung investieren, während gleichzeitig Millionen in Armut leben und Hunger leiden, ist ein Paradoxon, das nicht ignoriert werden kann. Was sagt es über ihre Prioritäten aus, wenn Staaten eher bereit sind, in den Tod als in die Menschlichkeit zu investieren? Es sind nicht nur die vielen geopferten Leben, sondern es ist auch das verlorene Potenzial. Jeder junge Krieger, der fällt, hätte ein Dichter, ein Wissenschaftler, ein Vater oder eine Mutter sein können. Jede Kugel, die abgefeuert wird, stiehlt der Menschheit ihre Chance, weiter zu wachsen und zu blühen. Der Mensch steht an einem Scheideweg, wo er sich zwischen der alten und der neuen Zeit entscheiden muss. Trotz aller Kriege wird es diese neue Zeit geben, in der Kriege nur noch eine Erinnerung sein werden, die man mit jungen Menschen teilt, die nie so etwas erlebt haben oder je erleben werden. Die Weichen dazu sind bereits gestellt. Es ist nur eine Frage der Zeit und abhängig davon, wie schnell ein signifikanter Teil der Menschheit sich bewusst für Frieden und damit für eine Weiterentwicklung in eine neue Dimension des Bewusstseins entscheiden wird. Der Krieg mag manchen wie eine Lösung erscheinen, wenn wir uns den Herausforderungen der Zeit stellen, aber er ist nur eine Rückkehr zu einem Zustand, den wir längst überwunden haben sollten. Im Angesicht des Krieges wird oft argumentiert, dass er notwendig ist, ein unausweichliches Übel, um den Frieden oder die Freiheit zu bewahren. Aber kann echter Frieden wirklich auf der Grundlage von Gewalt und Zerstörung errichtet werden? Als Kollektiv müssen wir die Narrative hinterfragen, die uns vorgesetzt werden. Warum sind wir so bereit, das Mantra des Krieges zu akzeptieren, wenn es offensichtlich so viele Konsequenzen hat, die weit über das Schlachtfeld hinausgehen? Die Zukunft, die wir uns alle wünschen, ist von Frieden, Verständnis und Zusammenarbeit geprägt. Daran besteht kein Zweifel. Es ist die Richtung, die wir eingeschlagen haben. Aber um dorthin zu gelangen, müssen wir zuerst die Absurdität des Krieges erkennen und uns entschließen, einen anderen Weg zu beschreiten. Das ist ein Weg, den jeder selbst gehen muss. Jeder Einzelne ist Teil des großen Kollektivs und sein Wesen, sein Charakter, sein Bewusstsein fließt dort ein. Viele beeinflussen dadurch die wenigen, die, scheinbar, an den Hebeln der Macht sitzen. Ja, sie sitzen dort nur scheinbar. Denn wenn der Mensch es geschafft hat, die alte Dunkelheit zu überwinden und in sich das Licht immer heller leuchten lässt, dann wird die Dunkelheit keine Chance mehr haben, ihre eigene Agenda voranzutreiben. Ein kleiner Teil der Menschheit ist sich heute bereits bewusst, dass wir an einem sehr wichtigen Punkt unserer Geschichte stehen. Diese Menschen wünschen sich einen Aufstieg und es gibt zum Teil abenteuerliche Vorstellungen darüber, was das sein könnte. Tatsächlich ist es eher ein Wandel, eine Veränderung, die in uns selbst stattfindet, wodurch eine Veränderung des Bewusstseins hervorgerufen wird. Wir stehen an der Schwelle, wo dem Raum und der Zeit eine fünfte Dimension hinzugefügt wird, und das ist die ätherische, spirituelle Komponente. Es ist also eine Energie. Viele Menschen verspüren heute den Wunsch nach mehr innerem Wachstum. Sie stehen kurz davor, den nächsten Schritt zu gehen, um eine Welt zu entdecken, die ihnen bisher verborgen war. Diejenigen, die bereits einen kleinen Schritt in die neue, unbekannte Dimension gewagt haben, berichten, dass sich ihr ganzes Leben verändert hat. Sie sind nicht mehr die, die sie einmal waren. Die Angst ist völlig verschwunden, denn sie ist Teil der alten Welt. In der neuen finden wir vor allen Dingen Vertrauen. Das schenkt uns inneren Frieden. Je mehr wir uns für die Energie dieser Dimension öffnen können, desto ruhiger werden wir, desto mitfühlender, desto dankbarer dafür, dass wir in diesen Zeiten dabei sein dürfen, um die Basis für eine neue, friedliche Menschheit zu schaffen. Wir stehen vor den Toren einer Welt, in der eines Tages Dinge möglich sein werden, die wir uns heute kaum vorstellen können. Dass der Geist über der Materie steht und sie somit beherrschen könnte, wissen wir dann nicht nur, sondern wir nutzen dieses Wissen auch. Wir würden es heute Wunder nennen, aber diese spirituelle Komponente verleiht uns einfach nur mehr Fähigkeiten, auch solche, wie sie zum Teil bereits in der Bibel beschrieben wurden. Immer noch gibt es auch in unserer Welt noch einige indigene Stämme, die sich ihre eigene Kultur erhalten konnten und die einiges von dem Wissen nie verloren haben, mit dem wir alle geboren wurden. Aber allmählich beginnen auch wir, uns zu erinnern. So beschäftigen sich bereits immer mehr Menschen damit, ihre Vergangenheit mit völlig neuen Methoden zu bearbeiten, die alte Blockaden auflösen. Wir können unsere Vergangenheit nicht verändern, aber wir können eine andere Sichtweise gewinnen, indem wir das, was uns belastet, erkennen, verzeihen und loslassen. Am Ende des Beitrags finden Sie ein Buch, das Ihnen hier weiterhelfen kann. In der Gegenwart können wir mit Achtsamkeit beginnen. Gibt es etwas, was wir heute hätten besser machen können? Haben wir jemanden verletzt? Hatten wir unsere Gedanken unter Kontrolle? Denn es sind nicht nur die Taten und die Worte, sondern auch unsere Gedanken und Gefühle, die unser Bewusstsein prägen. Wir können nur uns selbst verändern. Wer glaubt, dass Konflikte nur dadurch zu lösen sind, indem wir einen noch größeren Konflikt schaffen und hoffen, dass wir dadurch das Problem beheben, lebt in einer Zeit, die viele Menschen inzwischen hinter sich lassen möchten. Wir können andere Menschen, die nicht loslassen wollen, nicht verändern, das wird nicht funktionieren. Aber wir können uns selbst verändern. Das ist der beste Schutz und unsere Verteidigung gegenüber Angriffen von außen, die kommen könnten. Vielleicht von unseren besten Freunden, unserer Familie, unserer Umwelt. Die Geschichte hat gezeigt, dass Veränderung möglich ist, dass Zivilisationen sich wandeln und neu ausrichten können. Das Bewusstsein muss sich jedoch zuerst ändern. Nur dann kann die Menschheit wirklich hoffen, aus dem Schatten des Krieges herauszutreten und ein Zeitalter des Friedens und des Wohlstands für alle zu begründen. Wir müssen nicht auf die Masse der Menschen warten, die lediglich einem Leitwolf folgt. Von der Anzahl der Menschen genügen durchaus diejenigen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, um die gewünschte kollektive Bewusstseinsveränderung zu erreichen. Aber es geht dabei nicht um Quantität, sondern um Qualität. Wie weit haben wir uns selbst vervollständigt? Wie sehr haben wir uns bemüht, das Beste aus uns zu machen? Gelingt es uns, Mitgefühl auch für diejenigen zu entwickeln, die noch auf der anderen Seite stehen? Wenn nicht, dann ist es nie zu spät. Es gibt ein probates Mittel dagegen. Der Mensch, der sich auf den Weg nach Hause begibt, wird immer mehr mit seinem Inneren selbst verbunden sein, dem Teil, das ihn sehr gerne an die Hand nehmen würde, so man es zulässt. Aber man muss darum bitten. So könnte man jeden Morgen oder jeden Abend sagen, bitte zeig mir den Weg oder bitte hilf mir zu erkennen, was ich wissen sollte. Es gibt Menschen, die träumen. Menschen, die wissen. Menschen, die fühlen. Menschen, die sehen. Menschen, die erleben. Die Antwort wird kommen. Jeder empfängt die Antworten so, wie es für ihn am besten passt. Oft metaphorisch, manchmal direkt. Jeder erfährt sie auf eine andere Weise. Wir werden nicht im Stich gelassen. Wir sind über dem Zenit. Das Licht ist bereits stärker als die alte Dunkelheit. Aber an den vielen Kämpfen überall auf der Erde sehen wir, dass der Gegner sich aufbäumt. Umso mehr sollten wir uns bemühen, uns mit der Energie des Friedens zu verbinden. Das geht tatsächlich mit einem einzigen Satz, ich verbinde mich mit der Energie des Friedens. Je länger wir die Verbindung halten, desto besser. Viele Herausforderungen haben wir bereits gemeistert, und es liegt in unserer Macht, auch die kommenden Hürden zu überwinden. Es liegt an uns, diesen neuen Pfad zu beschreiten und eine Welt zu schaffen, in der die dunklen Epochen unserer Geschichte nur noch ferne Erinnerungen sind. Empfehlung und Unterstützung Das Buch »Nur mit dem Herzen sieht man gut« wurde für genau diese Zeit geschrieben, um diesen kommenden Bewusstseinssprung zu unterstützen und auch zu erklären, was sich dabei für jeden Einzelnen ändern könnte. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Vorbereitung für das, was kommen wird und wird von jenen verstanden, die bereit dafür sind, den Weg zu gehen. Einige Rezensionen Buchstäblich hunderte spirituelle Bücher habe ich schon gelesen, aber dieses ist anders. Der Autorin gelingt das Kunststück, spirituellen Ernst und Eindringlichkeit mit Sanftheit und Güte zu verbinden, sodass ein fast symphonischer, erzählender Sprachstrom entsteht, der mich auf einer Woge der hellen Bewusstheit trägt. Viele von uns kennen wahrscheinlich diesen Moment der Stagnation, wenn es nicht mehr weitergeht. Dieses Buch zeigt, wie man selbst weiterkommen kann und wie man selbst die eigenen Blockaden beseitigt. Das hochaktuelle Buch versteht sich als Leuchtturm in unserer bewegten Zeit, in dem die Dunkelheit scheinbar die Überhand gewinnt, aber eben nur scheinbar, denn die vereinte Kraft all derer, die an sich arbeiten und sich mit ganzem Herzen dem Licht zuwenden, wird ganz sicher siegen. Ich wünsche diesem Juwel an Authentizität und Aufrüttelungspotenzial gerade in dieser Zeit eine große Schar an lichtbereiten Menschen. Hier oder hier können sie es erwerben. In eigener Sache. Wir haben ein neues Design, etwas, was ich schon länger vorhatte. Geist und Psyche steht nun an erster Stelle, aber Politik wird es weiterhin geben. Auch in diesem Artikel geht es letztendlich auch um Politik. Da wir uns an einem Scheideweg in unserer Menschheitsgeschichte befinden, werde ich nun dennoch vermehrt darüber schreiben. Auch die politische Berichterstattung wird sich dadurch etwas verändern. Das Browser-Abo von OneSignal haben wir abgeschaltet. Offenbar hat OneSignal unsere dortigen Abonnenten nicht weiter beliefert. Wer also schon länger von uns keine Beiträge mehr bekommen hat, ist möglicherweise hier betroffen. Wir bieten weiterhin eine E-Mail-Benachrichtigung zur Veröffentlichung eines Beitrags an, sowie das Browser-Abo über Webpush. Und last but not least benötigen wir als unabhängiger Blog ihre Unterstützung. Diejenigen, die das nicht mehr können, können uns dennoch mit einer Verlinkung helfen. Alle anderen finden hier Unterstützungsmöglichkeiten. Danke und vielen herzlichen Dank auch an alle, die uns bis hierher begleitet haben. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020